Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Benjamin und Stephanie und wir sind die Gründer von vCoach. Kennst du das, wenn du kurz vor einer Präsentation stehst und dir wünschst du hättest noch mal üben können? Oder wenn du als neue Führungskraft Feedback geben willst zum ersten Mal und einfach nicht weißt, wo du anfangen sollst? Dafür haben wir vCoach gegründet, dein digitaler Personal Trainer für Kommunikation. Du kannst ganz einfach, schnell, souveräner und besser werden. Denn man kann so präsentieren oder aber auch so. Der Inhalt ist exakt der gleiche, aber die Wirkung unterscheidet sich enorm. Mit der vCoach App kannst du jederzeit und überall trainieren, wann und wo du willst. Ganz ohne externen Trainer und völlig selbstbestimmt. Wir freuen uns auf dich.